Nach Great Spas of Europe hat man den Rheinland-Pfalz-Sack gehabt und jetzt sind wir auf der Spießer Martini-Kirmes und gestern noch bei der EKG. Ja so ist es hier in Bad Ems ist immer was los, aber die Spießer Martini-Kirmes findet ja traditionell jedes Jahr statt im November und ich freue mich, dass der Spießer Martini-Kirmes-Verein und die ganzen Protagonisten da so aktiv sind und das immer wieder auf die Beine stellen. Man sieht ja hier wie viele Menschen da sind, strahlende Kinder-Augen, ein toller Martins-Umzug, ein super Feuerwerk, das ist echt klasse hier. Strahlende Kinder-Augen, ein ganz ganz toller und riesengroßer St. Martins-Umzug. Ja der ist beliebt, aber sogar auch über Stadtgrenzen hinaus. Man geht dann halt von Martins-Pferd her mit Kapelle entsprechend, die Martins-Lieder werden gespielt und danach ist die Beda Lai total schön im Lichtermeer getaucht und auf der Lahn auch ein großes Martins-Feuer und dann halt das Feuerwerk. Das ist schon was besonderes und dann freuen sich die Leute natürlich auch nachher hier auf den Kirmesplatz zu können. Wir waren mal im Fassbieranstich, um 16 Uhr waren wir leider nicht da gewesen, aber ich darf natürlich fragen, wie viel Schläge hast du gebraucht? Ja das war gefakt, die ganze Geschichte. Theoretisch hätte ich ein bis zwei Schläge gebraucht und da gab es aber mit dem Hahn Probleme oben, mit dem Hebel, mit dem Hahn, also aber gut. Da waren es vier Schläge. So ungefähr. Dankeschön.